Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wir spielen hier heute auf Diacraft eine Runde Survival Games und die Runde hat gerade gestartet, obwohl wir nur drei Leute sind. Und das finde ich natürlich super klasse. Man kann ja hier halt selbst abstimmen, wann die Runde startet, indem man EG Vote eingibt. Und jetzt haben wir halt ein bisschen früh die Leute da gestartet. Aber egal. Ich bin hier auf Diacraft, habe ich ja schon gesagt, wer den Server nicht kennt, ist ganz cool hier, Diacraft.org ist glaube ich, DIP oder MC Diacraft.org, irgend sowas. Ihr könnt ja mal vorbeikommen. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt bei den anderen Leuten, damit ich sie gleich töten kann. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich schnelle Runde. Es sei denn, die sind jetzt super gut, aber werden wir ja gleich sehen. So, eine Enderperle nehmen wir noch runter. Das Skelett schießt, da ist einer. Okay, den holen wir uns. Alter, hat er keine Rüstung? Oder zeigt er seine Rüstung nicht, wer sowas Starks hat? Okay, die Schutzzeit ist vorbei. Da sind die zwei Gegner, die Team anscheinend. Und da haben wir den ersten. Und da haben wir gleich den zweiten. Das war die kurze Survival Games Runde, die es je gab. Ich denke mal, ich hänge noch eine zweite ran. Da sind wir jetzt auch schon in der zweiten Runde. Ich hoffe mal, dass die Runde jetzt ein bisschen länger geht. Aber diesmal sind auch mehr Spieler da, wie ihr seht. Nicht nur drei Leute, nicht nur zwei Gegner halt wie vorher. So, dann hauen wir mal gleich ab. Ich kenne die Maps alle auch nicht. So lange her, dass ich hier mal gespielt habe, ob die er prepped. Deswegen, weiß ich nicht. Gut, da haben wir schon mal ein Schwert. Das ist auch schon mal gut. Boah, was ist das denn für eine geile Kiste? Die OP-Kiste. Kann man Vollzeug benutzen? Ne. Was bringt eine Vollzeug, wenn man sich benutzen kann? Ach du Scheiße. Boah. Den holen wir uns gleich. Oh, der hat... Na, der hat nichts, was wir brauchen. Das würde nicht viel bringen, wenn wir den killen. Aber naja. Es sind so viele Leute. Wir werden wahrscheinlich sofort erstmal ein killen und dann sofort drauf gehen. Weil die Leute wahrscheinlich alle abstauern. Jetzt hat der Kampf begonnen. Da sterben auch schon die Ersten. Da hinten gehe ich auf die zwei Leute. Und ciao, ciao. Na, ich möchte keine Waffe zurücklassen. Hä, aber der... Warum rennt der jetzt weg? Der hat doch bestimmt noch voll viel Leben. Ich spinne es hier auf einmal. Oh nein, ich habe kein Schwert. Ah, der hat einen schönen Helm. Den würde ich gerne haben. Thank you. So. Das war doch nett von ihm. Was liegt da noch? Ich gehe da bestimmt nicht rein. Wir haben kein Essensproblem gerade. Andere Leute sterben hier auch wie sonst was. Ah, den Brustpanzer brauchen wir sogar. Komm mal her. Komisch, warum wir den nicht aufheben können. Mit einem Leck oder so. Okay. Wir brauchen Essen. Sonst werden wir jetzt gleich sterben. Ja, wir werden wahrscheinlich draufgehen. Jetzt gleich können wir nicht mehr sprinten. Vielleicht finden wir auch eine Werk... Oh nein. Das wird unser Untergang sein. Ja, das ist unser Untergang. Ja, der wird uns jetzt umbringen. Es sei denn, er kann kein Minecraft. Ja, er tötet uns. Ne, doch nicht. Noch komisch. Hatte der auch kein Essen? Na doch. Er hätte gut Essen. Gut. Aber er hat mir irgendwie übelst den Schaden auf einmal gegeben. Und danach gar nicht mehr getroffen. Der hat uns locker gekillt. So, wie viele leben noch? Noch drei andere. Und da kommt auch schon einer. Und komm, schon kriegen wir den. Den haben wir. Ziemlich knapp, aber wir haben ihn noch zwei Spieler. Das heißt, wir sind in... Das ist jetzt finaler Kampf. Und wir haben nix eigentlich. Wir haben ziemlich schlechte Sachen. Aber naja, in der Runde davor hatten wir, glaube ich, auch nicht die besten Sachen. Wir haben trotzdem gewonnen. Okay, dann müssen wir noch vielleicht uns was Gutes suchen gehen, wenn wir nix Gutes haben. Was ich auch cool finde hier bei Diacraft ist so, dass der Blitz immer den Gegner zeigt. Aber wir können ja überraschen. Aber wir haben zu wenig Leben. Vielleicht überraschen wir ihn einfach. Und da überraschen wir ihn und killen ihn. Oder auch nicht. Nein. Nein. Oh, da haben wir noch... Da haben wir gewonnen. Da haben wir noch die zweite Runde knapp gewonnen. Aber gewonnen ist gewonnen. Und wenn ihr auch mehr Videos von Diacraft hier sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.